Okay, hier sind wir wieder bei der zweiten Zocker-Session von Let's Play Crash Bandicoot 3. 100% Challenge. Und der Sound ist wieder ein bisschen laut. Ich finde nur gerade meine Fernbedienung von der Anlage nicht. Dann akzeptiere ich das jetzt so. Und es ist hier Level 26, Skycrazed. Da gibt es nur einen Edelstein und ein Relikt. Und das machen wir mit der Coco, denn es ist so ein lustiges Jet-Ski-Level und ich habe die Fernbedienung gefunden. Ich habe jetzt so viele gerettet wie noch nie zuvor am Anfang eines Videos. Okay. Da können wir direkt Zeit machen. Machen wir zuerst Zeit. 100 Kisten. Machen wir erstmal die Kisten. 100 Kisten, das ist schon viel. Okay. 99, 98. Schön. Okay, dann machen wir Äpfel. Okay, die sind aber ganz schlecht. Also ich weiß gar nicht, ob ihr die oben seht, weil es ja ein bisschen schlechtere Qualität ist, als ich hier auf dem Fernseher sehe. Ei, 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 ei. So, okay. Schön. Okay, dann gehen wir ins Darla. Die haben wir schon. Fünf, wow. Fünf Prozent. Ah, wow. Oh. Okay, das ist auch nur eine. Sechs Prozent. Ein. Null Prozent. Hä, toll. Scheiße. Fein, fein, fein. Miau, 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 miau. Ich könnte natürlich beides gleichzeitig versuchen, aber nee. Nee. Lass mal. Scheiße. Komm, wobei es gleichzeitig holen, das weiß ich nicht. Das hab ich noch nie versucht. So. Okay, okay. Uff da. Hä, hä, hä. Okay. Hä, hä, hä. Das ist alles hier ziemlich, ziemlich knapp. So. Und da ist noch eine Kiste. Yay. Okay. Und da sind jetzt noch mal drei Kisten. Vorsichtig, vorsichtig. Okay. Bams. Okay, hab ich nicht gekriegt. Egal. Versuchen wir es mal von der Seite. Okay. Anlauf. Drehen. Kamera drehen kann ich leider nicht. So. Jetzt aber. Wunderbar. Leben Nummer 13. 16, schön. Checkpoint. Und 16 Kisten. Und das ist hier zum Beispiel ein ziemlich weitläufiges Level. Denke ich. Und da ist es gar nicht so leicht, die ganzen Kisten zu finden. Also kann es gut sein, dass ich am Ende nochmal zurück muss, irgendwie. Ich hoffe nicht, dass es so ist, aber es kann gut sein. Eiei, eiei. Gib Gas. Ja. Schön. 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 Schön, schön, schön. Nein, du. Ach du Scheiße. Okay, gibts. Oh nein, du Kisten. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schön. Zwischen die beiden. Und zwischen diese beiden. Und über diese Bombe. Yay. Und der nächste Checkpoint. Wunderbar. Ein Drittel der Kisten ist jetzt zerstört. Wunderbar. Okay, 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 okay. Aha, aha. Drei Kisten. Das fiese an den Bomben ist, die bewegen sich teilweise noch. Was? Oh, der ist böse. Okay. Weil die Bomben sind scheiße. Ja, 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 ja. Okay, wir müssen da leider nochmal lang. Hä, weil da ist nur eine zweite Kiste, die hier ist gerade nicht... Guck, da vorne ist die Nightwood-Kiste. Okay. Gut, gut. Wirst du wohl weggehen. Danke. Nein, 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 nein. Ich hab grad so viel Fleisch gegessen. Mir ist ein bisschen schlecht. Äh, hallo? Nein. Ich hab so viel Angst gehabt, dass ich irgendwie doch auf die Bombe zutreibe. Ja, scheiße. Fuck you, ey. Ja, 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 ja. Ist ja noch... Oh, je, 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 je. Okay. Huh, 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 huh. So, jo, jo. Heiliger Wimbam. Hier gibt's leider keine Bremse. Die kann man nur vom Gas runtergehen. Und das ist vielleicht... Das kann super optimal sein. Aber man kann da nichts gegen das Treiben tun. Fuck, fuck. Okay. Okay. Scheiße. Kacke. Mist. Okay. Ah, dass man die Kamera auch nicht drehen kann. Das ist auch echt super optimal. Jawohl, beide gleichzeitig. So muss das sein. Jetzt will ich den Check nehmen. So, du gehörst mir. Aber die geben hier auch keine Maske oder so. Das ist nicht nett. Ganz ruhig, ganz ruhig. Muss man ganz langsam manövrieren. Okay. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Ist doch schön. Neffen. Okay. Und Neffen. Und Neffen. Und ach du Kacke, was geht mit euch? Uh, 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 weg. Das war so gottverdammt knapp. Hilfe. Okay. 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 Oh, ich hasse dieses Level. Das Level ist doof. Und gleich müssen wir gleich noch das Relikt holen. Wie schön. Boah, das wird ein Fest. Was sag ich euch, ey. Äh, hei, hei, hei. Okay. Okay. Gut. Gut. Ja. Uh, scheiße. Einfach weiter, als wäre ich es gewesen wäre. Und erst mal die grüne Kiste. Bäm. Keine Neidvergissen mehr. Oh, nur noch 10. Schön. Ne, 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 ne. Okay. Ach so. Da hat mich das Spiel ein bisschen reingelegt. Ne. Ja, natürlich geht das nicht. Was ich mir dabei gedacht habe, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, jawohl. Okay. So was wie ein Checkpoint wäre jetzt nicht schlecht. Was zum Teufel? Was soll das denn? Leute. Boah, das ist so knapp. Oh. Gut, gut, gut. Jetzt aber. Nein. Scheiße. Eifer, meine Rampe vorbeigefahren. Ist auch schon. Geil. Fuck you, ey. Level. Okay, neuer Versuch. Neues Glück. Hui. Und hui. Und. Kolopapä. Scheiße. Egal. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ne, 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 ne. Demo. Bum, bum, bum. Bim, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Pff. Uh. Uh. Stopp. Stopp. Nicht mehr treiben. Danke. Danke, Coco. Pff. Fick dich. Warum nicht? Ich möchte die letzte Kiste auch gerne haben. Ja, ja. Na, warum kriegst du die denn nicht? Okay, vielleicht mit ihm noch mehr Anlauf. So, das musst du jetzt reichen. Jetzt aber. Hey, don't get him. Oh, fick dich doch ins Knie, ey. Jetzt aber. Oh, ja, toll. Ich bin... Ich schlafe gleich allein. Ja, tut mir leid. Ich kann da irgendwie nichts für. Aber auch natürlich kann ich da was für. Aber ich kann da gerade dran nichts ändern. Mein Gott, das ist doch nie wahr. Diese eine verkackte Kackkiste. Kack, 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 kack. Kack. Okay. Wieso kriegst du die Kackkiste? Habe ich da gerade irgendwas anders gemacht? Äh, ich bin gerade echt ein bisschen planlos. Warum denn nicht? Ey, ich krieg die Krise. Man kann die auch nur so bekommen. Oder muss ich da irgendwie Schwung holen von den anderen Rampen? Oder wie? Ich verstehe es nicht. Äh... Okay, hast du jetzt Schwung? Jo, jetzt hat er Schwung. Alles klar. Ich glaube, ich habe das nächste Spiel gelernt. Man kann hier Schwung holen. Das wusste ich vorher nicht. Oder ich habe es vergessen. Kann natürlich auch gut sein mit meinem Gehirn. Nein. Äh... Ich möchte das doch nicht noch mal alles machen. Wo quäle ich mich denn immer selbst mit meinen Toten? Ich kann einfach mal ein bisschen gewissenhafter spielen. Einfach mal. So, Vorsicht. Das Problem ist bei diesem Kack hier. Mit den Jets. Fick dich. Kiste. Es ist schon wieder diese eine Kiste. Die mich zum Brechen bringt. Oh, da sind noch zwei Kisten. Wie schön. Weil, wie kann man nicht komplett anhalten? Also, der... Der treibt immer noch ein bisschen nach. Und das ist doof. Und deswegen muss man entweder durch oder stehen bleiben. Dazwischen gibt es leider nichts. Öff. Öff. Und jetzt aber... Dazwischen. BRAKAT-